Dr. Konrad tut mir eigentlich leid. Dr. Konrad? Ich weiß nicht recht. Betty, die tut mir auf jeden Fall leid. Ja, die kann einem auch leid tun. Glaubst du, sie kommt morgen früh, Paul? Das ist höchst zweifelhaft. Du glaubst doch nicht, dass sie schon wieder verschwunden ist. Verschwunden? Nein, das glaube ich nicht. Sondern? So, ich muss sagen, manchmal hast du gute Ideen. Vielen Dank. Was soll das heißen, manchmal habe ich gute Ideen? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.